Norddeutscher Rundfunk 2021 Ah, Akan. Du weisst, es wird heute jemand abgewählt, oder was? Ich weiss es nicht. Es ist mir egal. Wenn es wieder nur Bohnen und Reis zum Essen gibt, dann können sie ja mehr abwählen. Das Mami kocht doch am Wochenende immer ein feines Hützengüri. Ich musste gestern an der Dschungelprüfung Känguruhode und Kakarlakensauflieh essen. Das hat mich richtig von innen rausgeputzt. Jetzt habe ich kein einziges Bibel mehr im Kopf. Holz sammeln. Ich bin Olympiasieger. Aber ich kann auch Holz sammeln. Das ist nicht genug Holz so aussieht, ja? Damit wir nicht genügend Feuer unter die Fülle von den Bohnen machen können. Weisst du, wer gerade die Dschungelprüfung macht? Nein. Ja. Ich glaube nicht. Kein einziger Stern. Das macht nichts, Lies. Wir gehen zusammen runter an die Weiher und ich werde dich abbaden. So, ich beleite dich. Hast du schon bald dabei, Muri? Haki, es geht auch mit der Kokosnuss. Ah! 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 Und da?